Ja, also je nachdem, wie viele heute bezeichnet wird, dementsprechend hoch müssen wir den Kredit bei der Bank beantragen. Und dann wird das, also die Genehmigungen sind ja alle beantragt. Die sind beantragt. Ja, ja, und dann geht's Mitte Mai los. Ja, und wo ist der Landeplatz? Ja, hier, der Flugplatz Hatten. Ach, im Flugplatz Hatten. Also, wir fangen klein an, ne? Ja, ja, nee, das ist klar, aber der Flugplatz Hatten. Nicht, dass ich hier noch einen Grundstück haben muss, wo wir hier landen müssen. Nein, nein, Flugplatz Hatten. Und der Jungfernflug ist ja dann nach Westerl. Durch die Pleite von der Germania sind ja einige Slots an einigen Flughäfen frei geworden. Also Rostock-Lage, Münster. Und von da aus kann man dann recht problemlos starten. Ja, nee, das Robben Hatten kann man ja, der Flugplatz ist ja gut. Wie lange hält man sich da auf, auf der Insel da? Ja gut, also der Jungfernflug ist wahrscheinlich an einem Mittwoch. Und dann am Samstag der nächste Tön. Ach so, dann ist es so. Also Mittwoch, Samstag, was man so drei Tage hat. Und dann regelmäßig Samstag. Das ist, ich meine, Denkstädter ist sowieso groß rausgekommen, sowieso schon in den letzten Zeiten. Und wo wir ja auch noch in der Landesmeisterschaft, damit unser Dorf noch schöner werden, so sehr gut abgeschnitten haben, ist das ja auch wirklich gut. Also das passt ja zu dir. Das passt. Wir sind in Berlin eingeladen worden. Also von der Sicht her, es ist, denkst du dir, ein aufstrebender Ort. Wie kommt ihr denn nach Berlin? Das wissen wir noch nicht genau. Aber das könnte man ja auch mit der Fluggesellschaft machen. Aber tatsächlich, ihr könnt die Hatten ja starten. Ja, 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 natürlich. Wie lange hier vorne muss man da? Also wir sind ja noch ein kleiner Laden. Da sind wir ziemlich flexibel und können auch kurzfristig reagieren.